CONSPIRIT Es ist eine fantastische und schnelle Nullrunde. Das ist der Hengst. CONSPIRIT Freut sich über die Nullrunde. ClearRound für Daniel Dasser, DSP CONSPIRIT. CONSPIRIT ist seit der Al Fohlen ist bei mir. Ich habe ihn mit drei Monaten gekauft und bin sehr stolz, dass ich diesen Schritt damals gemacht habe. Also ehrlich gesagt sind die Highlights bei mir, das erste Highlight ist der tägliche Umgang mit ihm, weil er hat einen super Charakter, ist ein ganz tolles Pferd. Sportlich gesehen natürlich immer seine Willensstärke und seinen Willen zu springen und auch Spaß daran zu haben. Einsatzwillen, Arbeitswillen, Lebensfreude und Bewegungsfreude. Das ist ein Markenzeichen, immer so ein bisschen auszubuckeln hinten. Daniel Dassler, der diesen Hengst aber auch in- und auswendig kennt. Also er hat sehr, sehr viel Erfolg und jeder war schön. CONSPIRIT wird die Rente jetzt bekommen, sportlich gesehen. In der Zucht geht es natürlich weiter. Wir haben eine eigene EU-Deckstation bei uns. Da wird er natürlich hoffentlich noch viele Kinder in der Zukunft machen. Wunderbar und gerne. Vielen Dank, dass zugegeben. Ich bin die Großartige für uns, die Großartige für uns. Die Großartige für uns. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Ich würde sagen, Kumpel, jetzt ist es soweit. Und ich freue mich noch auf die Zukunft mit dir als Rentner und ich hoffe, ich reine noch ein bisschen weiter. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.